Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Unschwer zu erkennen am Titel und am Thumbnail geht es heute mal wieder um Mediashop. Und zwar jetzt habe ich den Smart Chill im Programm. Vor kurzem habe ich ja den Insta Chill schon mal vorgestellt. Und im Endeffekt ist vom Aufbau her diese kleinere Version, ja nicht zu 100%, aber ich sag mal zu 70% identisch von der Funktion her. Hier ist auch ein Filter drin und man muss gleich vorneweg unterscheiden, es ist keine Klimaanlage, sondern, ich blende jetzt mal zwei Bilder ein, im Grunde ist es nichts anderes, wie wenn man sich ein nasses Tuch vor einen Ventilator hängt. Und deswegen ist hier auch die Wartungsintensivität nicht so hoch wie bei einer Klimaanlage, sei es eine Splitterklimaanlage oder auch ein Monoblock, den man sich für 450, 500 Euro auch im Handel kaufen kann. Wen also genau das hier interessiert, diesen Livington Smart Chill, der sollte einfach mal dranbleiben. Ich erkläre, wie das Gerät funktioniert, was da die Vor- und Nachteile sind. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach meinem Intro. Unter meinem letzten Video über den Insta Chill gab es ja ein paar Vorurteile, mit denen ich jetzt kurz und schmerzlos aufräumen möchte. Und zwar bin ich absolut kein Mitarbeiter von Mediashop. Ich stehe hier nicht auf der Gehaltsliste. Ich stelle einfach nur Produkte vor und das schon sehr lange. Wer jetzt mal oben rechts klickt, der kann sich gerne mal ein paar andere Produkte anschauen. Zum Beispiel das beste Beispiel ist der Airfryer. Mit dem sind wir richtig zufrieden, schon seit anderthalb Jahren. Und dann gibt es halt auch so Reinfälle wie dieser Windchill Wizard, was eigentlich nur ein Stück Plastikdreck ist. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Da kann man sich gleich ein paar Mikrofasertücher kaufen. Und das war es dann auch. Dann noch die Sache der Lautstärke. Lautstärke ist eine Sache, die man jeder andere objektiv wahrnimmt. Das heißt, für den einen ist das laut, für den anderen ist das laut. Das heißt, man muss selber ausprobieren, kann ich bei so einem Lärm einschlafen? Klar ist der Insta-Chill etwas lauter als dieser Smart-Chill. Das habe ich auch gemerkt. Aber im Endeffekt ist das halt auch nur eine Sache von der Empfindlichkeit. Dann zum Thema Schimmel kann ich sagen, wer kennt es nicht? Man ist in der Wohnung und hängt sich einfach ein kühles Handtuch um den Hals. Genau dasselbe passiert hier auch. Also im Sommer, wenn man die Fenster öffnet und hat in der Dachgeschosswohnung so ein Teil laufen und lüftet dann frühmorgens wieder, entsteht hier auch kein Schimmel im Raum. Es wird auch keine Sauna, wo einer unten in den Kommentaren geschrieben hat. Gerne einfach mal bei Wikipedia nachschauen, wie eine Sauna funktioniert. Ja und zu guter Letzt hängt es ja auch an mir, wie stark ich dieses warte und was ich mit diesem Filter mache. Das heißt, es gibt eine Trockenfunktion bei dem Insta-Chill. Bei dem muss ich darauf achten, dass ich den dann auch wieder raushol und lüften lasse. Ja, das zu dem Thema in den Kommentaren, was hier Schimmel und auch die Lautstärke betrifft. Jetzt habe ich noch ein ganz explizites Thema. Das habe ich dann auch in den Kommentaren aufgegriffen. Aber ich muss noch mal erwähnen, es ist kein Klimagerät. Hier ist weder eine Klimaflüssigkeit drin, die es auch unter Wikipedia nachzulesen gibt, die man zum Beispiel im Kfz oder auch in Splittergeräten verbaut hat. Es ist rein eine Sache, dass ein Ventilator hier auf einen Filter die Luft pustet, der vorher mit Wasser gedrängt ist, beziehungsweise bei dem Modell sollte man das auch ins Gefrierfach legen. Und aufgrund dessen wird die direkte Luft etwas gekühlt, aber es ist auch jetzt kein Ersatz zu einer Klimaanlage. Also das ist dann völlig ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Das ist keine Klimaanlage. Das macht auch nicht einen Raum richtig kühl auf 21, 22 Grad, sondern man muss wirklich hier stehen und muss angepustet werden, damit das hier einen Sinn hat. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Gerät. Hier haben Sie jetzt, wie gesagt, einen kleinen Tower gemacht. Hier steht, dass es drei Geschwindigkeits- und Kühlstufen gibt. Klar, der Ventilator oder die Kühlung bis zu zwölf Stunden Laufleistung pro Tankfüllung. Das muss man dann selber abschätzen, wie stark das Gerät dann läuft. Angenehm leise, das werden wir uns dann noch anhören. Und hier einen waschbaren Smart-Filter. Zu dem Filter, da ist die Empfehlung, dass man so nach einem Sommer den wechselt. Und falls ich dann noch den Filter zum Nachkaufen finde, ich hatte jetzt noch keine Informationen drüber, packe ich das mit unten in die Beschreibung rein. Genauso wie den Smart-Chill und auch den Insta-Chill. Ich packe immer beide Links rein von Mediashop und auch von Amazon. Es gibt eine Käuferschicht, die kauft gern Original bei Mediashop und dann auch bei einem Ableger hier von Amazon. Wobei ich sagen muss, Mediashop ist auch bei Amazon vertreten. Das heißt, es ist dann auch keine B-Ware oder nicht irgendwie eine Kopie. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Verpackung. Hier, das ist die Vorderseite. Dann haben wir hier die schönen, spielenden Kinder. Das ist ja wieder klar, dass wir hier die Werbung haben, die einem suggestiert, dass hier alles kühl ist. Kann ich natürlich vorne rein schon aufräumen, das ist nicht der Fall. Hier sind nochmal in allen möglichen Sprachen die Erklärungen. Und hier sieht man gleich, wie das Ganze funktioniert. Hinten kommt die heiße und trockene Luft rein und vorne kommt die frische und kühle Luft raus. Hier oben hat man dann, wie gesagt, den Behälter. Der ist natürlich etwas kleiner als bei dem Insta-Chill, wo man das Wasser auffüllen kann. Ich würde sagen, wir schlagen uns nicht lange mit der Verpackung rum, sondern gucken uns gleich mal das Gerät an. Was ist im Lieferumfang dabei? Der Smart-Chill, das ist dieses große Gehäuse. Da habe ich auch schon Videos gesehen. Da hat man ihr ein Produkt gezeigt, das überhaupt nicht mit dem identisch ist. Und hat es dann als China-Schrott oder Müll bezeichnet. Das kann ich jetzt bei dem hier auf den ersten Blick nicht sagen. Es ist wie bei dem Insta-Chill, gut verarbeitet. Hier hat man alle Kanten und alle Ecken gut abgerundet. Das ist der erste Eindruck. Hier auf der Vorderseite haben wir dann die Knöpfe. Da haben wir die drei Stufen. Das heißt, schwach, mittel und stark. Hier haben wir die Swing-Funktion und hier können wir uns noch ein Licht einschalten. Dann leuchtet nachts hier oben diese Oberfläche in einem angenehmen Blau. Mit dabei ist nochmal hier so eine extra Reinigungskarte. Ich zeige sie hier mal rein. Da steht also, dass man das Ganze auch entnehmen soll, wenn man hier diese Wasserfunktion mit dem Filter nicht nutzt. Und hier ist noch eine richtig gute und ausführliche Bedienungsanleitung. Hier kann man wirklich alles nachlesen auf Deutsch, wie man das reinigen muss. Eine tolle Sache. Ich habe erst zweimal nachgucken müssen. Man kann hier diesen Filter auch in das obere Fach der Spülmaschine geben. Anscheinend soll dieses Spülmaschinen-Salz und auch der Reiniger diesem Filter nichts ausmachen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann so klappt oder ob der sich in Einzelteile auflöst. Man kann natürlich auch optional einfach unter fließendem Wasser abwaschen. Was eine gute Sache ist, es gibt hier noch einen Hinweis, falls sich doch mal hier Schimmel bildet oder auch der Filter riecht innerhalb von drei Monaten, dann kann man den auch in ein warmes Wasser mit Essig legen. Da steht nochmal hier die genaue Beschreibung, wie das funktioniert, auch in der Anleitung drin. Das Kabel ist richtig lang. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein mega kurzes, wie wir es ja gewohnt sind, auch von den ganzen asiatischen Herstellern. Die sparen dann hier am Kupfer. Also das würde ich mal sagen, ist so geschätzt zwei Meter lang. Und das Tolle daran, man hat hinten auch eine Kabelführung. Das heißt, ich kann das einfach hier reinstecken und kann das hier seitlich dann fixieren, dass wir einfach hier oben nicht aus Versehen mal dran ziehen. Diese Stecker, die sind etwas labbelig und jeder kennt es. Da hat man dann hier so einen Anschluss kaputt gemacht. Und dann muss man gleich das ganze Gerät austauschen. Ist natürlich auch eine blöde Sache. Wie sieht das auf der Rückseite aus? Da gucken wir jetzt mal rein. Und zwar haben wir hier eine Klappe und die geht richtig leicht auf, wenn man das Kabel hier aushängt. Also das darf man nicht vergessen. Hier in der Kabelführung kann man es drin lassen. Und dann sieht man schon das Filterelement, was ich gleich zu Anfang sagen kann. Wenn man diesen Deckel auf hat, kann man das Gerät nicht starten. Wir machen das mal. Ich setze jetzt mal unter Strom und wir probieren einfach hier einzuschalten. Hier tut sich gar nichts. Das ist einfach eine Sicherheitseinrichtung hier mit einem Kontaktschalter, damit man nicht irgendwas hier in den Föhn reinsteckt, beziehungsweise damit hier das Wasser ungehindert irgendwo hinlaufen kann. Weil nämlich hier ist das Wasserführungskunststoff, nenne ich es mal. Das wird von diesem Lüfter hier nach innen gedrückt und von oben drückt sich das Wasser dann hier runter und sammelt sich hier unten drin. Und dann saugt sich immer wieder der Filter voll. Jetzt holen wir mal dieses ganze Gerät raus. So sieht das aus. Das ist dieser Filtereinsatz, den man wie gesagt vorher anfeuchten soll. Danach empfiehlt sich das, jedenfalls schreibt das Mediashop, hier den kompletten Filter in die Gefriertruhe zu geben, bis die einzelnen Namellen gefroren sind und dann hätte man optimales Ergebnis. Hier steht auch nochmal der Platz für den Filter, ist hier so ein bisschen geriffelt unterlegt. Und was auch gut ist, wenn man den so reinmacht, fixiert der sich nicht. Also man weiß gleich, in welche Richtung der reinkommt, nur so. Klack. Und dann hat man das ganze Ding fixiert. Ja, einschieben geht genauso leicht. Wir gehen einfach und wackeln ein bisschen links-rechts, schieben das bis zum Ende. Wir haben hier auch wieder einen Rastpunkt, machen einfach dieses Plastik runter, machen die Türe zu. Klack. Das sind alles kleine Kunststoffnasen. Und dann drücken wir oben drauf, normal, ach ja, halt. Man muss auch hier diesen Adapter reinstecken und dann schaltet sich das Gerät an. Wenn wir schon beim Einschalten sind, würde ich sagen, wir hören uns jetzt gleich mal den Geräuschpegel an. Ich habe ja hier mein rote Go hier an meinem Kragen. Das heißt, ich stehe jetzt, ja, vielleicht so 30, 40 Zentimeter von dem Gerät entfernt. Und jetzt hören wir die stärkste Stufe. Die wird uns angezeigt hier mit drei blauen Strichen. Das ist die mittlere Stufe. Und das ist die geringste Stufe. Also die geringste Stufe kann man so mit einem Luftreiniger vergleichen. Man hört jetzt auch kein Lager, das irgendwie komisch kratzt. Jetzt haben wir allerdings noch nicht die Swing-Funktion eingeschalten. Ich drehe jetzt das Gerät mal rum. Wenn wir jetzt die Swing-Funktion einschalten, da sieht man auch hier auf diesem Knopf so eine Art Winkel. Also das weiß dann jeder. Hier gibt es nur drei Knöpfe. Wenn wir das zuschalten, hört man das durchs Mikro? Also da sind halt kleine Stellmotoren, die jetzt dafür sorgen, dass die Lamellen sich von links und nach rechts bewegen. Man sieht es hier im Video jetzt. So, und wenn ich jetzt hier das einfach wieder drücke und dann bleibt es in der gewünschten Stellung stehen. Das Einzige, was ich jetzt halt finde, dass einfach diese Stellmotoren recht laut sind im Gegensatz zu dem Lüfter. Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so eine eigene Empfindung. Was ich jetzt nicht zeigen kann, ist das Licht. Beziehungsweise wir können es mal probieren, ob das hier hinkommt. Jetzt ist es aus. Und jetzt ist es an. Ich denke, wenn man hier abends im Bett liegt, ja, in der Dachgeschosswohnung. Mir hat auch beim Insta-Chill einer geschrieben, dass er den Großen benutzt in der Dachgeschosswohnung. Und er hat richtig gute Ergebnisse. Da ist das auch vielleicht was hier für die Fensterbank, beziehungsweise für das Nachttischschränkchen. Und dann hat man hier gleichzeitig noch so ein feines Nachtlicht obendran. Wenn man nochmal den Knopf drückt, geht das Ganze aus. Ja, und was haben wir noch? Im Endeffekt nur noch hier oben geht's auf. Haben wir den Einfüllschacht für das Wasser. Und hier ist es natürlich so, dass man hier auch Eiswürfel mit reingeben kann. Und schüttet sich dann das Wasser bis zu einer maximalen Füllung. Das ist also kurz bis an diese Max-Markierung hier ran. Man müsste jetzt mal nachlesen, was da drin steht, wie viel Liter. Aber es heißt ja hier bis zu zwölf Stunden. Das heißt, wenn ich das abends auffülle, dürfte dann über die Nacht der Behälter auch nicht leer werden. Ich mache das Ganze jetzt nicht praktisch an, weil ich das beim Insta-Chill schon gemacht habe. Da könnt ihr einfach mal gucken. Klickt da mal oben rechts und da seht ihr die ganze Funktion. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, es ist im Endeffekt dieselbe Bauweise. Entweder fließt das Wasser runter oder das Wasser wird von unten aufgesaugt. Wichtig ist in jedem Falle, dass man den Filter oft genug rausholt. Beim Insta-Chill habe ich eine Möglichkeit, diese drei Filter reinzustecken. Ich mache nur den Ventilator ohne diese Wasserfunktion an und dann 30 Minuten laufen lassen. Dann trocknen die sich von selbst. Bei dem Smart-Chill hier muss man das rausholen. Legt es einfach auf die Spüle oder variabel auch in die Sonne. Dürfte auch großartig nichts passieren. Und dann ist da auch keine Gefahr von Schimmelbildung. Ich denke mal, in einer ganz normalen Kaffeemaschine, in einem Vollautomaten, entsteht hier dann näher Schimmel aufgrund der hohen Temperaturen von 70 bis 80 Grad. Das war jetzt meine, ich denke, recht kurze Vorstellung vom Smart-Chill. Ich habe alles gesagt, was ich über das Gerät weiß. Ihr habt einen kleinen Tontest gehört. Ansonsten ist es natürlich, wie gesagt, auch eine eigene Empfindung. Bringt mir das Ganze was oder bringt mir das nichts? Ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren wieder konstruktive Kritik geübt ist. Ich denke, das Thema Klimaanlage oder hier Luftkühle haben wir geklärt. Und vielleicht berichten einfach nochmal ein paar von meinen Abonnenten, ob sie hier eine gute Kühlung erreicht haben. Insbesondere, wie gesagt, meine Empfehlung für Dachgeschosswohnungen oder halt für stark sonnenbelastete Wohnungen jetzt über die Sommerzeit. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wie immer. Das macht uns alle glücklich, welche hier Videos auf YouTube posten und auch über neue Abonnenten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal auf KAIS Kanal. Bis zum nächsten Mal. 1